So, es wird Zeit für hier die komische Stein-Challenge oder wie auch immer. Jetzt bin ich mal gespannt, was das wird. Reicht ein Schuss schon? Nicht ganz, aber fast. Das gibt nicht noch mal was, ne? Doch, Erfahrung und Gold. Cool, wir haben eh nur noch 47 Gold gehabt oder so. So, der ist schon ein bisschen dicker. Können wir noch ein bisschen extra Gold abstorben? Gefällt mir gut. Ich mag extra Gold. Einmal ordentlich draufhauen. Ja, das ist ja kein Problem mehr. Ist schon ganz cool, dass die Gegner hier nicht mit skalieren und wir dann so die Wahl haben, ob wir jetzt gegen die kämpfen wollen oder nicht. Ich meine, Guap ist jetzt nicht der beste Kämpfer. Wer wäre denn gut gewesen? Juana, ne? Der macht sich auch mal echt gut. Easy. Ja. Jetzt können wir direkt mal ein bisschen Brot hier. Nee, ich heil mal voll. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den klein kriegen. Ein bisschen andere Farbe. Sieht ein bisschen seltsamer aus, die Farbkonstellation. Hm, heääh. Kleine bisschen wie Ivan, Luigi. Kaboom. Da bin ich echt gespannt, was der noch für Zusatzangriffe bekommt. Der hat ja von Anfang an gar keine gehabt, ne? auch erst selten. Korgen hatte Spionage gehabt und die Selina hatte Fluch gehabt und, ah ja, genau auf den richtigen. Und die hat Reparatur, genauso wie Led auch. Noch mehr Waluigi Zauber. Scheiße. Aua, nein, hör auf damit. Böse Maya. Ui, wie viel Schaden nimmst du eigentlich, mein Freund? Aha. Okay, jetzt weiß ich mehr. Ja, das ist der kleine Angriff. Ich wollte gerade sagen, hör bloß auf, dass jetzt der auch noch erkirrt wird. Und, wie viel Schaden machen wir denn nun mit unserem Blast? Wow, so ein Spaß. Alter. Wow, das ist hier One-Shot und One-Shot. Und Maya hat es aus irgendeinem Grund überlebt. Das sieht aus, als wenn wir da übelste Chancen haben. So. Komm schon. Ja, das war easy. Ich wollte nur nicht mehr. Ich hab dich gewinnen lassen. Oh. Ach ja, ich wurde gefragt, was nach dem Game Over passiert. In den Kommentaren. Das hier. Willkommen. Im Nach-Game-Over-Screen. Gar nichts. Mail-Menü. Und dann kann man hier nur fortsetzen, drücken oder laden. Über die Optionen. Und dann sind wir wieder hier. Ja, eigentlich muss ich, ich muss die ja am Anfang nochmal umhauen. Den ersten und zweiten mache ich noch mit. Den dritten lasse ich. Nur für das bisschen extra Gold. Damit wir uns zwischendrin mal heilen können, wenn wir das müssen. Und das hier geht ja nur wahnsinnig schnell. Einmal hier. Kapuf. 69. Hö, hö. Und dann. Schön. Ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Gold. Danke. Und. Rot gab es auch noch. Das ist also ein bisschen randomisiert. Unsere Angriffe sind es nämlich nicht. Die machen immer genauso viel Schaden. Also wenn wir jetzt drauf schießen und machen drei Schaden. Dann machen wir beim nächsten fünfmal drauf schießen auch drei Schaden. Okay. Einmal hier. Einmal hier. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir die hier auch anklicken können schon. Oder ob es wirklich wie der Reinzirkel hier nur geht. Das wird bald überprüft. Flup, flup. Auch gar nicht mal so schlecht, der Schaden. Puf. Komm schon, guap. Zeig, was du kannst. Und dann hier nochmal. Na also. Ja, nochmal 171 Gold. Ja, das haben wir wieder genug. Das reicht. Erstmal fix ein Brot. Zack. Gut. Schade, aber das Vieh hat uns echt gezeigt, wo der Hammer hängt. Hier ist nichts weiter, ne? Am Turm. Oder kann ja zufällig, äh... Ach, hier sind noch Vögel. Ach ja, sammeln die sich. Ah, die drei Vögel sammeln sich hier. Abgeschlossen. Hm, das ist also unsere Questbelohnung. Cool. Schön zu wissen. Da hinten ist nichts weiter. Da hinten war noch irgendwo eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Ja, sonst ist ja, glaube ich, nichts weiter interessant, oder? Ich meine, hier genau die Tür. Hier hinten gibt es nichts Neues von Terra 4 oder 5, oder was auch immer das war. Was jetzt die Tentak... Was tentaklisiert wird. Tentaklisiert? Hm. Na gut, wir hauen wieder ab. Der Versuch war gut, aber... Ich weiß, immerhin gibt es hier schöne Schwerter, aber ansonsten ist hier, ne. Nichts Wichtiges. Ach ja, hier ist nochmal der Strand. Gibt es hier was Neues am Strand? Außer Sand. Wow, diese Fülle an Möglichkeiten, die sich hier uns entschließt, äh, erschließt. Wahnsinn. Ja, es ist... Hat sich gelohnt, der Trip. Immerhin ist es schön hier. Gehen wir halt wieder. Können wir eigentlich von hier aus direkt nach Terra 7? Bestimmt nicht, ja. Helga Kevin. Transportschiff. Wo möchten Sie hin? Laut mal ganz kurz. Ich habe solchen Leuten nichts zu sagen. Ah ja. Du hast ja auch keinen Pass. Wo möchten Sie hin? Okay, wir können hier nur nach Terra 4. Hier entlang, bitte. Ich hoffe mal, wir werden nicht wieder abgeschossen. Nö. Hm. Na ja, gut. Dann können wir halt nicht viel machen. Wollen Sie einen Abflug von der Scholle buchen? Jawohl. Und zwar? Also, wohin wollt ihr? Nach Terra 7. So. Was für ein Krieg? Sie waren dabei. Ich und der Käpt'n hier haben für Jyn'Am gekämpft. Als herauskam, dass unsere Truppen Unschuldige umbrachten, gab es praktisch eine Revolution. Soldaten wie ich waren zu Hause nicht mehr willkommen. Und deshalb bist du Kopfgeldjäger auf dem Weltbazar geworden? Genau. In diesem Krieg verlor Aram seine Arme. Er war Sprengstoffexperte. Sei ruhig. Lasst uns weitermachen. Vielleicht war er kein sonderlich guter Sprengstoffexperte. Gibt es sonst noch was zu sagen? Wir werden später eine Rückfahrt brauchen. Bleibt nicht zu lange. Ich fange schon an, mich zu langweilen. Erzählen Sie mir über die Leute, die hier leben. Die Underlost? Das sind keine Menschen. Zumindest nicht mehr. Es gibt Leute, die sagen, dass sie schon zu lange hier leben und durch die Core-Energie mutiert sind. Oh. Was können Sie mir über diese Scholle sagen? Pass gut auf. Hier leben die Underlost und die sind nicht besonders gut drauf. Okay, das, ähm, ja. Sieht sehr schön aus hier. Erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Morrowind. Da gab es auch mal riesengroße Pilze. Ein ganz kleines bisschen an meine letzte Untersuchung beim Arzt. Da gab es auch mal ganz große Pilze. Nein. Ey, kann ich hier wieder weg? Ah ja, da lang. Landezone. Voll die coole Musik dazu. Bone Circle Village. Ja, da ist es hier schön bunt, aber ganz schön chaotisch. Oh. Sie beschützen Ihr Dorf, aber anscheinend unterschreiten Sie eine bestimmte Entfernung nicht. Die Eingeborenen entfernen sich nie allzu weit von diesen Haufen ausgeschnitzten Knochen. Und von den Knochen scheint auch dieser merkwürdige Klang auszugehen. Ich frage mich, ob sie deshalb nicht weiter vorrücken. Hm. Die wollen nicht weiter vor, aber die müssen auch in der Nähe bleiben. Sehr komisch. Ja, jedenfalls die Sprache von den Viechern klang wie ein bisschen was rückwärtsgesprochen. Oh, was auch immer sie gesagt haben. Von diesen Knochen gehen seltsame Vibrationen aus. Vielleicht ist das eine Art Abwehrkraftfeld, das sich die Eingeborenen zu Nutze machen. Sie scheinen mir nicht in der Lage zu sein, eine solche Technologie zu entwickeln. Vielleicht ist es eher eine Art Käfig für Sie. Mhm. Würde eine gute Zielscheibe abgeben. Die Knochenkreise oder die Leute? Osterunterschied. Ach ja, vorhin war es auch. Unschuldige Leute umbringen. Mein Gewissen. Und jetzt sowas. Okay, hier wissen wir nicht so richtig, was wir machen müssen. Schön. Ich hoffe, da oben komme ich weiter. Ansonsten habe ich eine Rätsel, wo ich nicht weiß, was ich tun muss. Hallo? Ist da jemand oder etwas? Höhle in der Ostberge. Mhm. Oh, sah ein bisschen aus wie im Intro-Video. Oder? Klar. Dieser Teil hier. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Das war irgendwie beim Chor auch so rötlich. Na dann. Die Ostberge. Hier ist es bestimmt. Oh, Krabben. Ich würde sagen, hier gibt es bestimmt Gegner, aber. Oh nein. Ich war so gut am Rumpfschleichen. Welche zwei von denen. Ich bin mal gespannt, wie viel Damage wir jetzt machen können. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mit ihrem Ultra-Rüstungswert. Vier. Ich glaube, du drei und Maya auch nochmal vier. Mhm. Läuft bei dir. Naja. Das geht schon. Und das ist jetzt wirklich nicht so sehr viel. Oh, hast du schlechtere Rüstung? Muss ich direkt nochmal schauen. Ach ja, du hast ja keine ordentliche Rüstung an. Du bist ja neu. Stimmt ja. Den haben wir keine Flak-Rüstung oder was auch immer gegeben. Jetzt stirb halt mal. Oh, der Angriff macht drei. Der hier auch? Mhm. Immer wenn ich so eine Frage stelle, schießen wir daneben. Ja, okay, das ist jetzt. Kannst du mal bitte sterben? Freundchen. Das wäre schön. Komm schon. Komm schon. Das fiel halt ganz schön aus. Schauen wir mal, was so ein Wasser-Zauber macht. Ganz gewöhnliche. Obwohl. Luft. Ich meine hier. Gegen Wasser ist Elektro gut. Ich greife mal den an. Nicht, dass der noch einen HP hat. Wow, zwei. Wow. Klasse. Und eine Kreissäcke. Ehe, halt. Ich war schon richtig. Eins. Mhm. Naja. Boah. Sind wir so schwach oder sind die so heftig gepanzert? Der letzte Kampf gegen die Viecher hat nicht so lange gedauert. Ah ja, der könnte betäuben, ne? Na, endlich. Oh, neuer Angriff. Mit Erde. Greift das Vieh an. Hier ist bestimmt auch so ein elementarer Schererstein-Papiersystem. Ich schau nur mal ganz kurz. Wasser. Wasser ist sehr effektiv gegen Boden. Weiß doch jeder. Und? Ja, gut. War zu erwarten, aber... Hm. Äh, dämlich haben. Min-Maxing. Geht trotzdem mal schneller, wenn einer schon mal tot ist. Ein Gegner. Nervöser Zeigefinger. Verteilt auch schön gleichmäßig den Schaden. Frage ich mich, ob es Gegner gibt, die auch wirklich immer nur auf den Schwächsten gehen. Oh, der macht hier nur zwei. Mir ist gar nicht aufgefallen. Ich habe immer nur fest drauf gehauen. Ah, vielleicht hat er seine Verteidigung erhöht. Mit dem Move hier. Seine Rüstung. Das wäre ja gut möglich, oder? Ordentlich. Gold und Gedöns. Die können jetzt mit einem Trank heilen. Oh, Trank ist halt auch übelst teuer. Ich glaube, 2000 oder sowas. Und hier 50. 50, 100, 150, 200. Hm. Schon ein bisschen billiger. Irgendwann habe ich einfach nur 1000 Brot im Inventar. Mehr Gegner. Vor der Seite wäre ein bisschen extra Gold auch wirklich nicht verkehrt. Wir waren ein bisschen verschwenderisch. Beim Ausrüsten. Wir wollten all die geilen Sachen haben. Und dann gab es immer noch weitere Charaktere. Die wir natürlich auch ausrüsten wollten. Ah gut, die vier. Gehen wir jetzt nicht so lang. Alter, der Schaden. Große Zahlen. So ganz plötzlich. Nachdem wir hier mit zwei, drei, vier Schaden rumgemacht haben. Oh wow, das ging wirklich schnell. Boom. Ah cool, ich schieße nur mit einem Arm. Hey, guck mal, ich habe hier eine Attacke. Ich kann mit meinem Arm schießen. Und außerdem habe ich eine doppelt so starke Attacke in meiner Hinterhand. Mit beiden Armen. Ach ja, die Viecher. Gegen so eins hat man ja schon mal gekämpft gehabt. Da hat man ja so einen roten Ball, der die Dinger ausgespuckt hat. Bäh. Und jetzt schieße ich mit drei Armen. Krasser Gegner, krasser Kampf gegen einen krassen Gegner. Fettes YouTube-Sumpt. Hallo, gibt es hier auch mal was? Oh, ein bisschen größer, aber da ist eine Sackgasse. Sackgassen sind immer gut. Mag ich als Gamer sehr gerne. Aber nur, wenn es da auch was gibt. Scheiß Sackgassen hier, ich hasse Sackgassen. Komische Geräusche hier. Von da kommen wir. Hm, hier schönes Bad nehmen. Das wäre jetzt toll. Oh, nice. Ja, jetzt passt mal auf. Rüber, Zuschauer, was hier am Stüssel ist. Ja, das bringt ja nichts, mein Freund. Granaté. Und bitte schön, fang. Ah, nice. Schön. Ah, 999, yeah. Gemaxt, wie bei Zelda. Ist hier oben noch was? Hast du vielleicht irgendwas ganz Spezielles? Ein Item oder sowas, mein Freund? Wenn du hier alleine schon in der Sackgasse rumhängst. Weißt du, ich mag Items. Kapo. Statt, dass man bei solchen Geräusern nicht irgendwie was tun kann. Irgendwie Armor ein bisschen reduzieren oder... Ich weiß noch auch nicht. Wäre bestimmt ein bisschen übertrieben stark. Ein bisschen OP. Das macht nur zwei, ne? Ah, ja, ja, okay. Irgendwie habe ich das vorhin vercheckt oder das eine Vieh war ein bisschen schwächer als das andere. Weiß ich gerade nicht. Sieht trotzdem ganz cool aus, das Vieh. Immer feste Truff. Ah, Besäubungseingriff. Mhm. Mal schauen, ob das Vieh dazu kommt. Die böse Krabbe. Die Krabbe der Unkaputtbarkeit. Nö. Mal wieder zu langsam. Und, kriege ich ein cooles Item? Komm schon. Komm schon, Spiel. Du willst das doch auch. Ach, scheiße. Hier gibt es gar nichts. Voll umsonst hierher gekommen. Wie gemein. Aber gut, hätte sein können. Wie beim Schneetätzchen. Was für ein cooles Item, ne? Die Tatze. Na gut. Oh. Einmal oben und einmal unten lang. Ich gehe mal unten lang. Ah, gut, dass ich unten lang gegangen bin. Mann, sonst hätte ich echt was verpasst. Achso, das ist nur Licht. Werden wir da auch rot? Nö. Sieht man nicht so richtig. Hm. Komische Höhle. Der Moderwald. Schöner Name. Stollen Ruinen. Finsterer See. Hm. Okay. Der ist ja schön groß. Der finstere See. Moderwald ist auch ziemlich groß. Und schön zwischendrin hier so ein Feuerejo. Hier burns auch. Naja. Machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oder? Zuerst Moderwald oder zuerst finsterer See. Okay. Ich meine, Stollen Ruinen klingt nicht so cool, aber... Ich glaube, wir gehen erstmal ans Wasser. Das sieht so schön aus. Ja, aber... Hm. Dir geht's gut. Der macht ihr Übelst Party. Mit 800 BPM. Lässt sich gut tanzen. Und zwar genau so. Warte. Oh, ich hab ein bisschen weniger als sonst. Schon weil es sich überall rum blinkt und macht. Oder der verbraucht 30 FPS. Hahaha. Der zieht einfach nur die CPU-Leistung, warte. Nee, scheinbar nicht. Wäre aber lustig gewesen, jetzt es wieder auf 240 springt. Ah, schön. Na gut, bis in die nächste Folge. Mach's gut. Tschüss.